Besorgte Anwohner haben am Montag die Polizei alarmiert, weil sie ihren 63-jährigen Nachbarn in der Berliner Straße in Wolfhagen schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatten. Die eingesetzten Beamten der Polizei veranlassten eine Türöffnung und fanden den Wohnungsinhabern nur noch tot vor. Nach Angaben der Polizei musste der Mann zwischen zwei und drei Wochen in seiner Wohnung gelegen haben. Die Staatsanwaltschaft Kassel ordnete die Obduktion des Leichnams an und geht mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus. Heute ist der Leichnam obduziert worden und nach unserem ersten Obduktionsergebnis gehen wir, das heißt die Ermittler des Kommissariats, von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats haben die Mordkommission Ofenberg eingerichtet. Die Polizei sucht dringend Zeugen aus dem Umfeld der Personen. Hinweise nimmt die Polizei Wolfhagen oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Untertitelung des ZDF, 2020